Herzlich Willkommen zurück bei Grow Home und einer weiteren Folge von Zocker Mania. Äh, nein, falsch. Bei einer weiteren Folge von Zocker Mania mit Grow Home. Haha, so. Ähm, wir versuchen jetzt nochmal hier an diesen wundervollen Ding ranzukommen, indem wir hier nochmal raufklettern. So, probieren wir es einfach nochmal. Ja, 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 das klappt, das klappt, das klappt. Nein, 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 nein. So. Ich schaff das schon irgendwie. Ich muss nur... Ja! Haha, schön. So mag ich das. So mag ich das. So, haben wir das voll im Griff. So, haben wir hier noch irgendwas? Oh, stopp. Du darfst nicht ins Wasser, beziehungsweise nicht zu tief. Wir gucken mal hier hoch, weil ich vermute... Achso, jetzt muss ich wieder klettern. Ähm, dass da auch noch ein bisschen was drin ist. Oh, oh, oh. Komm, Bad. So, jetzt lass uns mal gucken. Da ist noch ein Kristall. Und da drüben müssen wir halt hin, um eigentlich die Pflanze irgendwie zum Wachsen bekommen. Da rechts ist auch irgendwas Rotes. Deswegen holen wir uns jetzt den Kristall und schauen dann nochmal die Pflanze an. So. Einmal springen, bitte. Ah, wie schön er sich abrollt. Karate kann er auch noch. Ich finde ja Bad klasse. Er läuft zwar ein bisschen betrunken. Definitiv betrunken. Aber. Nein, 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 nein. Definitiv. Aha. Ähm, Bad. Nein. Oh, Mist. So, bitte einmal. Sehr gut. So. Okay, schauen wir mal hier auch noch rauf. Ich war zwar, glaube ich, gerade hier oben. Wenn ich mich nicht täusche. Aber wir können es ja einfach nochmal probieren, nachdem Bad so schön klettert. Vielleicht finden wir ja doch nochmal was. Hier geht es nämlich relativ weit rauf. So, hier müsste ich laufen können. Genau. Problematisch ist nur, dass Bad so übel läuft so. Lieber fallen wir da runter. So. So. So, ich frage mich auch, was dieses Geräusch da ist. Weil ähm das müsste ja eigentlich irgendwie ein Tier sein, so wie sich das anhört. Aber es könnte halt auch diese Sternenpflanze sein. So, jetzt muss ich wieder hier klarkommen. So. Jetzt gucken wir mal hier hin. Was ist das hier eigentlich? Hier sind lauter... Schaut mal, da ist noch ein Kristall. Oh, Bad läuft doch nicht so. So, jetzt werden wir gleich überrollt von vielen Kristallen. Na komm. So. Falsche Richtung. Mist. Unser Kristall ist wieder weg. Ah. So. Nein, hier unten. Da unten will ich. Bad da unten. Da unten. Nein, da unten. Da unten. Ach ja, Jemini. Und ich hab schon wieder vergessen, meine Uhrzeit zu stellen. Wir machen wieder 10 Minuten. Dann müssen wir wieder auf 17 sein. So wie vorhin. Ha 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 ha. Äh, kleinen Moment, kleinen Moment, dauert nicht mehr lang. Jetzt. So. Hm, hm, hm. Na gut, dann crappen wir halt den. Na komm. Oh. So. Und den nächsten. Na? Schaffen wir das, ohne hier wieder alles voll zu machen? Scheinbar nicht. Ich seh mir nichts mehr. Ha ha ha. Ach so, Schmarrn. Ich muss ja nach unten drücken, um nach unten zu gucken. Ähm. Ach, Schmarrn. Was mach ich denn? Das heißt, wenn ich jetzt hier so gucke. Und dann so. Und mich drehe. Bad, dreh dich mal. Bad will dich nicht drehen. So. Ja. Dreh dich. Nein. Okay. So. Jetzt gucken wir nach unten, Bad. Und jetzt. Ja. Komm. Zieh ihn. Warum kriegen wir den nicht? Ah, wir müssen springen. Fantastisch. So, was ist das jetzt? So. Wir gucken mal hier auf den darauf. Und jetzt schauen wir nochmal, was wir hier noch so haben. Also da könnte noch mehr sein. So ist es nicht. Da ist auch noch mehr. Das ist nur so übelst anstrengend, diese Dinger da wegzukriegen. Ah, okay. Wenn Bad einfach mal losläuft, dann nicht. Aber Bad ist halt einfach... Der ist auch so schnell jetzt auf einmal. Warum ist der jetzt auf einmal so schnell? So. So, und wenn wir jetzt hier schieben, Stadt. So, schieb mal hier ein bisschen was weg. Genau, Bad. So machst du das gut. Ich sehe zwar nichts, aber... Guter Arbeit, Bad. So. Okay. So. Kriegen wir schon hin, irgendwie. Ich würde gern beide nehmen. So. Kriegen wir beide gezogen? Tatsächlich, wir kriegen zwei gezogen. Bad ist übel. Übel, das Monster. So. Schauen wir mal, ob wir die zwei kriegen. Wahrscheinlich nicht. Also das wäre jetzt schon mega. Ach so, ups. Ist halt doof, wenn man die Kamera weiterhin laufen lässt. So, jetzt machen wir erstmal hier so. Wir schaffen das schon noch. Hier muss irgendwo noch... Da ist noch einmal ein Kristall. Sehr schön. Nein, nein, nein. Ihr geht da schön weg. Ich will aber mein Kristall. So. So. Einmal so. Und einmal... Nein, so. So. Und hüpfen. Sehr gut. Oh, da kommt immer noch was nach. Vielleicht mit einem Stoß von oben, so wie jetzt. Einfach mal drauf fallen. So, ist gut. So, jetzt ist da aber nichts mehr. So. Okay. Jetzt gehen wir mal hier nochmal die Pflanze hoch. So. Also da ist auch ein bisschen Schattenspiel gemacht worden. Habe ich jetzt gerade gesehen. So. Wenn ich jetzt da hingucke. Butt. Mit X. Okay. Okay. Wir versuchen es einfach. Nein, 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 nein. Butt. Du musst trotzdem dich scheinbar festhalten. Oh Gott. So. Ich glaube, wir brauchen diesen Stein da. Und jetzt. Und jetzt. X. Tatsache. Juhu. Okay. Verstanden. Ah ja. Cool. Okay. Ah. Juhu. Na dann. Schauen wir doch mal hier hin. Was wir hier so haben. Wrappen. Und dann Y. Ich hoffe, ich brauche nicht alle Pflanzen. Das wäre ein bisschen übel. Y. Geht nicht. So. Was ist da drüben? Hören wir das? Juhu. Glück gehabt. So. Was ist das? Okay. Okay. Es ist extrem elastisch. Und interessant. Juhu. Das ist nicht so einfach. Ah. Okay. Glück gehabt. So. Dann klettern wir hier mal weiter. Von unserer Pflanze. Also jeder Kletterschritt ist bei mir jetzt quasi rechter Zeigefinger, linker Zeigefinger, rechter Zeigefinger, linker Zeigefinger und so weiter und so fort. Also es ist nicht so einfach. So. Jetzt schauen wir mal da rüber. Oh Gott. So. Ein bisschen höher. Uhuhu. So. Gleich wieder festhalten. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Glück gehabt. So. Also die Steuerung ist echt übel. Wirklich übel im Moment. Juhu. Jetzt hängen wir. So. Bad, dreh dich mal. Ah, wir können schon. Wir können schon. Sehr schön. Juhu. Juhu. Gut, dass wir uns immer festhalten. Sonst werden wir schon längst runtergefallen. Was ist das? So. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hier muss man ganz schön klettern, um rauf zu kommen. So. Wenn wir das jetzt crappen. Don. Ähm. Zack. Und dann Y. Aber das haben wir ja schon eigentlich alles. Da ist ein Kristall. Den nehmen wir gleich mal mit. Oh. Der ist so besoffen. So. Zwölf. Was haben wir hier noch? Vielleicht können wir auch von hier oben mal kurz gucken. Was wir hier noch so haben. So. Also von da drüben kamen wir ja. Duh, du, 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 du. Aber also ich sehe jetzt von hier oben nichts mehr. So. Wir springen einmal. Und hoffen, dass wir uns irgendwo crappen können. Ja. Sehr schön. Und ab nach oben. So. Jetzt gucke ich mal nur kurz auf die Zeit. Ah. Wir sind nämlich schon wieder fast drüber. Beziehungsweise wir sind eigentlich drüber. Deswegen würde ich sagen, ich suche mir hier jetzt schnell noch ganz kurz eine waagrechte Plattform. Wo ich... Ah, nein. Okay. Jetzt sind wir wieder am Boden der Tatsachen. Na gut. Also. Ihr habt jetzt eine weitere Folge Grow Home gesehen. Ich werde jetzt in der nächsten Folge wieder da raufklettern müssen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr Grow Home findet. Ja, lasst mir Kommentare, Abos und Likes da. Schaut auch mal gerne in unsere anderen Projekte. Wir haben Dragon Age Inquisition und Amphora im Moment noch laufen. Sind auch zwei super tolle Spiele. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.